Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 26.01.2023 und damit geht auch der Januar so langsam dann dem Ende zu, muss man sagen. Und der hat nicht nur im DAX seine bisher sehr, sehr, sehr beeindruckende Performance hingelegt. Ja, also auch wenn man sich andere Indizes anguckt, ist das im Vergleich zum Vorjahr sehr, 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 sehr gut. Und man kann ja immer so ein bisschen, oder man sagt gerne so, wie die ersten Handelstage, die ersten Handelswochen im Jahr, so oft das ganze Jahr. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das hier die nächsten Tage weitergeht zum Mittwoch. Hat unser DAX jetzt hier erstmal ein bisschen Wanshee-Jumping betrieben, er hat sich einmal unten rausgeworfen, er hat eigentlich das gleiche wie die letzten Tage gemacht, nur etwas intensiver auf der Unterseite. Er hat wenigstens mal die 15.25 weggeräumt bekommen, hat es dann aber nicht unter die 14.49 geschafft, auch nicht mal ansatzweise. Ist dann schon ein bisschen, gut, was heißt nicht ansatzweise, naja, ist ja relativ nah rangekommen. Aber im Grunde haben wir das gleiche Bild wie die ganzen letzten Tage gesehen. Runter am Vormittag, unten stabilisiert, aufgedreht und mit den Amerikanern dann wieder hoch Richtung 15.150. Das ist so ein Gefühl, so der dritte Tag in Folge, wahrscheinlich der vierte, fünfte, sechste Tag in Folge, den wir so rausgehen. Von der Kerze her, ich weiß nicht, wir haben jetzt die 15.25 unten gerissen. Das waren Ausbruchsversuche aus der Range, die sich hier oben gebildet hatte. Dieser Ausbruchsversuche ist nicht gelungen, ist ein Fehlausbruch geworden. In der Regel sollte dann jetzt ein erneuter Ausbruchsversuch kommen. Ob der gelingt, ist erstmal die andere Sache. Es kann sein, dass es genauso eine Luftnummer wird wie unten. Kann sein, der rennt bloß in die, ich sag mal, 1.80 bis 2.20. Ohne Neues hochzumachen, dreht sich von dort wieder wie ein Bekloppt da um und stürzt wieder nach unten um Richtung 15.40, 15.25. Das ist möglich. Aber es ist eben ein schmaler Grad mit der Trendfortsetzung im Hintergrund. Das haben wir auch die letzten Tage immer mal wieder hier oben gesagt, dass man von 15.150 halt entsprechend einfach dann eben auf der Oberseite gucken sollte. Gestern hat man gesagt, unter 15.080 würde sich 15.520 anbieten, unter 15.25 hätte er Platz bis 15.49, unter 14.49 dann bis 8.30, 8.20. Also ich glaube, da ist jetzt keiner unglücklich gewesen, der 15.80 irgendwie Short reingegangen ist. Der hat zumindest 15.25 bekommen. Der ist auch kurz bis vor die 14.49 gekommen. Aber hier würde ich jetzt schon eher sagen, wenn ich noch, wenn ich persönlich hier noch Short offen hätte, würde ich glaube ich eher versuchen ein bisschen, ein bisschen Fahrt rauszunehmen, wenn er jetzt auch zum Donnerstag eben oben raus springt. Ich kann mir zwar sehr, sehr, sehr gut auch wieder ein Vielsignal hier vorstellen, ja, also einmal 1.80, 2.20 eben rein. Aber persönlich würde ich es nicht richtig austraten wollen. Also ich glaube, selbst wenn dort eine schöne Short-Chance kommt, ich glaube, ich würde sie einfach auslassen. Der kann sich bestimmt wieder schön nach unten drunter legen, aber das Risiko ist halt auch erhöht, dass er dann irgendwann jetzt einfach mal durchrennt. Und unten hat er es jetzt probiert, nicht hingekriegt. Würde ich jetzt darauf tippen, sie probieren es am Donnerstag oben. Kriegen sie das aber auch nicht hin und treten den komplett wieder unten. Dann kriegt er natürlich auch von Freitag eine schöne Vorlage langzuziehen. Aber ich würde ihn ganz gerne hier wirklich einfach erst mal machen lassen. Momentan hat er eh nicht die Not. Gut, ja, wir haben jetzt so viele Tage seitwärts gesehen und er brennt ja erst mal nicht zwangsweise an. Mir wäre lieb, wenn er jetzt erst mal rauskommt aus der Bewegungsspanne, dass er sich löst, dass wir wieder ein bisschen neue Bewegung, neue Kurse auch kriegen. Nicht jeden Tag das gleiche schreiben und sagen müssen. Und wird ihm dann einfach versuchen zu folgen. Also über 2,70 gibt es noch attraktive Ziele bis hoch, ach, bis hoch ans Allzeithoch letztendlich. Ja, wir haben eine 3,50, die sieht nett aus. Auch hier der Bereich um 4,30, 4,100. Das ist nochmal ganz interessant. Dann darüber, was dann Richtung 7,50 geht. Auch auf Tagesebene kommen hier wirklich nochmal schöne Stationen. Ja, die sich dann nochmal lohnen, reinzutraden. Wenn man hier auf den Oberweg guckt, ne, auch wenn ich jetzt hier sehe, noch ein offenes Gap hier im Bereich um 5,39. Also, wenn er oben mal rauskommt, ja, Trendfortsetzung macht ihm bestimmt ein bisschen Spaß. Unterhalb eben auch, er müsste nur seine 9,40 da eben einfach mal wegräumen. Ja, 15,25 mal wegräumen, 15,49 auch wegräumen, dass wir eben weiterkommen. 8,30, die dann fallen lassen, dann weiter, 700, dann weiter Richtung 500. Aber so passiert da erst mal nichts. Ja, also ich würde zum Donnerstag, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir einfach nur angucken. Ich habe nicht unbedingt Lust, da jetzt nochmal die Finger reinzuhalten. Ja, aber ich gehe davon aus, zu kriegen, Ausbausversuch oben. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass der misslingt. Wer da Bock drauf hat, könnte eine rote Stundenkerze hier oben im Bereich um 2,20, 1,80 abwarten. Kommt die rote Stundenkerze, kann man es probieren. 15,40, 15,25 in den Bereich nochmal reinzutraden. Haut er sich komplett von Beginn an hier unten ins Knie. Haut hier unten uns eine schöne grüne Stundenkerze rein, kann man da auch nochmal long probieren nach oben rein. Oder man sagt einfach, gut, Dax, mach dein Ding. Ich gucke nächste Woche wieder rein, wenn das Ding hier entschieden ist im Bereich um 15,200. Ja, wir haben auch ein Webinar dann am Wochenende. Wird auch wieder Zeit. Wir stehen hier immer noch an unserer 15,200, die uns so wichtig war. und man merkt auch, dass der Markt ist, der Bereich wichtig ist. Es hängt schon ohne Grund jetzt hier schon mehrere Tage fest. Das ist einfach eine wichtige, übergeordnete Zone. Gut, Freunde, ich mache dann hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020